Ester Sittlatschek, 25, Berlinerin und nicht immer cool. Montag, Dienstag würde dann der Anruf kommen, ob man denn in den Top 11 ist. Und ja, als es ihr dann kam, war es dann ganz vorbei. Hallo und herzlich willkommen zu den WMZ-Nachrichten. Unübersehbar telegen. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal mit Ihnen. Tschüss. Denzel Washington, Kelly Clarkson. Interview-Highlights für Ester Sittlatschek. Ich bin jetzt noch nicht lange dabei. Ich habe jetzt noch nicht wahnsinnig viel Kameraerfahrung. Und die Steps, die ich bisher machen konnte, die wurden von allen mitgefeiert, weil sie gemerkt haben, wie ich fühle. Fakten. 1,83 Meter groß, Fernstudium der Politikwissenschaften. Hallo und herzlich willkommen zur Samstag Live-Extra-Sendung zum 13. Spieltag. Und das sind die Top-Themen der Sendung. Ich habe gemerkt, dass ich vielleicht zu unfavoritig war, was ich eigentlich nicht glaube, aber dass die Anspannung meine Konzentration so ein bisschen überrannt hat. Fand unsere Jury gar nicht im Finale.